Was geht ab? Mein Name ist JohnMCGaming und willkommen zu einem neuen Projekt und zwar es ist Jurassic World das Spiel und ich habe hier gerade ein Ziel erfüllt. Ich bin Level 7 und habe verschiedene Sachen und da knallt jemand die Tür und ich kläre das mal kurz und dann sehen wir uns gleich nach dem Cut. So, da geht es weiter und ich bin jetzt schon Level 7 und wir haben eine Mission, das klicke ich alles weiter. Denn hier bringe 5 diese Sau hier auf die nächste Stufe. Das kann ich gerne gleich tun. Auf jeden Fall, das Spiel ist ziemlich gut und das kann ich besser Let's Play, weil es braucht nicht so viel Performance. Ich habe ein bisschen Wusten auf jeden Fall. Der Grund, warum ich dieses Let's Play mache, ist der, dass ich, wie heißt es, Dinosaurier richtig mag und ich habe jetzt auch mal von den Jurassic World, also von den Jurassic World Film, habe ich den Indominus Rex gemacht oder Indominus nenne ich ihn und den blende ich jetzt mal ein. Ja, und ich will die Folge jetzt auch schon beenden, denn ich habe kaum Speicher und die Folge wird sonst abbrechen automatisch. Deswegen save ich das jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich nach dem Cut. So, nach dem Cut angekommen sind wir hier und ich hatte recht, die Aufnahme ist danach, als ich sie nochmal starten wollte, abgeschmiert. Zum Glück habe ich vorgespeichert und ich hoffe, das wird alles gemacht, denn ich mache jetzt einfach mal einen Kampf und dann war es das auch von dieser Folge. Ja, und er schreit gerade vorgleich zur Infektion, denn ich habe ihr ja gesagt, ihr soll ruhig sein, aber ihr wisst ja, wie Kinder rum, also einfach nicht tören können. Ich bin ja auch noch ein Kind, aber ich bin halt schon über zehn Jahre alt. Und dann kämpfen wir jetzt gegen jemand anders. Ich habe den Namen nicht gesehen, auf jeden Fall hat er starke Tiere. Und ich hoffe, die Aufnahme schmiert nicht ab, denn das wäre peinlich. Was heißt peinlich? Wäre doof. Und er macht einmal Angriffen und ich bin wahrscheinlich tot, doch nicht. Ich habe zwei Punkte, dann gehe ich... Ja, dann gehe ich zweimal auf Block. Und... Ja, ich will jetzt gerade keinen Cut machen. Dann gehe ich jetzt so auf Angriff. Und mache einen Schaden. Also einmal durchkommen und dann geht das auch. Und wahrscheinlich killt er mich jetzt. Also ich will den in Dominos kriegen und da hat er mich jetzt. Aber jetzt kommt mein Legendärer raus. Und hach, er kämpft mit Legendären. Gehen wir mal dreimal auf Angriff und versuchen, ihn offensiv zu töten. Hat auch geklappt. Ich habe richtig Sorge, dass es abschmiert. Meiner hier und da klingelt. Äh, ich schneide jetzt nichts raus. Es ist mir alles zu Pfeil. Und der One hittet mich mit drei. Und ich hoffe, ich verliere jetzt nicht. Denn das ist mein stärkster, äh, Dino. Und... Und jetzt hoffe ich mal, der macht mich vier Angriff. Nein, er geht auch. Und dann schreien sie jetzt. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, hat mir nur 100 abgezogen. Jetzt kill ich ihn. Und vier Angriff hat er geblockt. Nein, er hat nicht geblockt. Das war vielleicht ein Fehler, denn er ist tot. Und jetzt... Oha. Den kenne ich gar nicht. Das ist ein Legendary. Und ja, ist gerade das Piz angekommen. Und ich bin gestorben. Das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung. BR 2018